Ja, Harry sagt, guten Morgen. Heute am 22. Februar 2021. Heute Morgen zum Wettervideo. Wir haben jetzt im Moment 20 Grad, es sind 8 Uhr und 9 Minuten. Ja, und ihr könnt euch heute das Wettervideo in 3D ansehen, das bedeutet, ihr könnt es wirklich schon selber wählen, oben, unten, links, rechts, in dem ihr euch mit eurem Gerät dreht, bzw. mit dem Finger auf dem Bildschirm hin und her fahrt, oder mit der Fernbedienung oder der Computertastatur. Und so könnt ihr jede Richtung sehen. Ja, ich drehe mich jetzt auch gleich in die andere Richtung. Und wir laufen mal ein bisschen. Wir haben heute einen wunderschönen Morgen, wie man sieht, und vor allen Dingen kein Wind und wenig Wellen. Und das ist ideal, um so eine Aufnahme zu machen. Ja, wir hören noch die Geräusche, die Arbeitsgeräusche von unserer ewigen Baustelle hier links von mir. Die ist schon das zweite Jahr, aber irgendwann wird die auffertigt werden. Ich spitze bei Gelegenheit mal über den Zaun mit der Kamera und dann mache ich ein paar Aufnahmen davon. Das ist ja wohl eine der besten Adressen hier. Ja, ich glaube, so ein kleiner Spaziergang ist auch ganz gut, da kann man sich alles genau ansehen. Ja, die Berge, die sagen was anderes. Da ist also noch ein bisschen Bewegung drin. Und das ist natürlich ein bisschen Bewegung drin. Und auch schön aussieht, wenn man da sieht, teilweise die Sonne in Monte Leon. Und das ist alles, was wir können. Und das ist sicher, dass wir uns die Sonne in Commissionen bleiben. Und das ist wirklich cool. Und das ist natürlich auch, bei der Saatet, wenn man da sieht, wie man da sagt, wie man da sieht, wie man da sieht, wie man das sieht, wie man da sieht. Und das ist natürlich auch gerade entsprechend auf den Haushalt. Und das ist nur ein paar, sehr, 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 sehr gut, sehr Dank. Man muss doch aufpassen, habe ich gerade gemerkt, dass die Steine hier im Sand liegen. Ja, jeder hat ein anderes Hobby, mache ich es gerne unterwegs, viel unterwegs und das tut natürlich auch gut und ich finde am frühen Morgen ist es immer noch am schönsten. Das ist zwar jetzt für die Zuseher natürlich für euch wenig Abwechslung, aber ich sage mal, viele nutzen das auch für eine ganz knitzekleine Entschädigung, weil sie nicht fliegen können, obwohl wir ja hoffen, dass es jetzt doch wieder ein bisschen besser wird. Aber ich plane auch schon mal wieder ein kleines bisschen in die Zukunft. Mal sehen, was sich so ergibt in den nächsten Tagen. So, ich verabschiede mich jetzt mit diesem anderen Wettervideo in 3D und sage, es geht später zur Realität oder Harry unterwegs und sage, hasta luego. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Vielen Dank.